Hallo, ich bin hier heute bei der Firma Mucki GmbH. Mucki GmbH finden Sie im Modecenter auf der Breslauer Straße 8 Neuss im Raum 240. Und Mucki GmbH hat für Sie im Sortiment sehr, sehr schöne Young Fashion Mode. Young Fashion Mode, die immer wieder erweitert wird im Sortiment, wo immer wieder neue Teile kommen. Und ich zeige Ihnen jetzt die ersten Teile einfach für den Übergang zum Herbst. Wir haben hier erst einmal eine sehr schöne lange Bluse in einem tollen Braunton. Ja, mit einem floralen Muster, ein bisschen so ein bisschen an Faisley auch angelehnt. Und wie gesagt, halber Ärmel unten mit einem kleinen Bündchen, was mit einer Schleife geschlossen wird. Und was hier sehr schön ist, im Ausschnitt ist ein Gummizug. Sie können den Ausschnitt normal tragen, dann ist die Bluse hier etwas gekraust. Aber Sie können sie auch im Carmen-Look tragen, was einfach super angesagt auch ist. So, diese Bluse hier gibt es, wie gesagt, in Braun. Es gibt sie in einem schönen Karkiton. Wir haben sie in einem, ja wie soll ich jetzt sagen, Beere-Fuchsia-Ton. Ganz, ganz tolle Farbe, vor allem wenn man die nochmal mit Weiß kombiniert. Dann haben wir ein schwarz-grundiges Muster. Dann haben wir das Ganze nochmal in einem schönen Grauton. Und nochmal in einem ganz klassischen Braun-Bordeaux-Ton gehalten. Das nächste ist, würde ich sagen, Kleid oder Tunika. Das können Sie eigentlich machen, wie Sie wollen. Mit einer schmalen Hose drunter. Oder aber nochmal mit einem Kleidchen. Denn die Länge, wie Sie sehen, ist einfach knielang. Und ich bin gerade nicht klein, also mindestens würde ich jetzt sagen knielang. Das Ganze ist mit einem halben Ärmel, mit Volant am Abschluss gehalten. Wir haben einen Steg mit einem Poloschlitz, aber ohne Knöpfchen. Es ist so ein Mittellink zwischen Poloschlitz und V-Ausschnitt. Und das Ganze in einem ganz, ganz süßen grafischen Muster gemacht. Hier, wie gesagt, in dem Rot-Weiß. Dann gibt es das Ganze in Blau-Weiß. Dann haben wir hier eine Farbe. Ja, es ist so ein grün-Senf-Ton. Ich kann ihn gar nicht richtig beschreiben. Aber wunderschön warm von der Farbe mit Schwarz kombiniert. Dann haben wir ein klassisches Schwarz-Weiß bei dem Kleidchen. Dann haben wir einen Konjakton mit Weiß kombiniert. Auch sehr, sehr schön von der Farbkombi. Dann gibt es das Ganze nochmal mit Bordeaux-Weiß. Dann haben wir hier ein Marine-Weiß. Und das Ganze nochmal umgekehrt. Weiß mit Grau als Streifen, als Eyecatcher. Und nochmal den Kaki-Ton mit Schwarz kombiniert. So, jetzt kommen wir mal zu was Uniformes. Sonst schwirrt Ihnen der Kopf vor lauter Muster. Eine sehr, sehr schöne Bluse. Hinten sehen Sie es. Ich halte es mal so ungefähr acht Zentimeter länger geschnitten. V-Ausschnitt. Lange Ärmel oder Dreiviertelärmel mit einem Volant als Abschluss. Und wie gesagt, was ich hier zeigen möchte. Wunderschöne Spitze, die hier den Ausschnitt einfasst und auch vorne die ganze vordere Mitte runter geht. Haben wir hier in Schwarz. Gibt es in Weiß. Gibt es in einem Anthrazit-Grauton. Gibt es in einem Bordeaux-Ton. Und in dem klassischen Kaki-Ton, der ja eigentlich schon in keiner Kollektion fehlen darf. Dann kommen wir mal zu Hosen. Schöne Casual-Hose. Tunnelzug. Elastisch. Kneift also nicht. Ist alles einfach perfekt. Seitliche Eingrifftaschen und die Hose wird gekrempelt. Die gibt es hier, wollte ich nur sagen, in Schwarz drauf. Dann gibt es die hier in Schwarz-Silber-Grau mit Anthrazit. Und hier kann ich Ihnen mal zeigen, wie schön dieser Streifen hier glänzt. Also zu den Matten ist immer in der Hose ein glänzender Streifen mit eingefügt. Und wir haben die Hose in einem Schwarz-Anthrazit mit einem glänzenden, anthrazitfarbenen Streifen. Und das Ganze nochmal mit Bordeaux. Anthrazit und Schwarz. Nächste Carmen-Blose. Ist einfach oder Kleidchen oder Tunika, wie Sie es tragen möchten. Carmen hier oben gesmogt, sodass es also sehr, sehr schön elastisch ist. Das Ganze hier in einem Leo-Print. Halber Ärmel mit Volant. Also auch der Klassiker, der nirgendwo fehlen darf. In den Erdfarben, Naturfarben. In Blau gehalten. In Bordeaux oder Wehre gehalten. Dann haben wir das Ganze hier in einem Natur mit bisschen zartem Rosé. Dann gibt es das Ganze in Blau-Grau mit Schwarz. Dann haben wir das Ganze nochmal in einem Grün mit Schwarz kombiniert. Und nochmal in einem E-Grün mit Schwarz. Etwas heller als eben das Originalmuster. Und das Letzte, was ich Ihnen nochmal zeigen möchte, ist ein Kleid. Das etwas schlichter von der Form ist. Aber sehr schön. Es wird immer ein Kopf gezogen. Ist aber gar kein Problem, weil der Ausschnitt hier oben mit Gummizug verarbeitet wurde. Ist also einfach locker zu tragen. Ist ein Hängerchen, ganz schlicht untergeschnitten. Ärmellos nochmal. Denn es ist ja auch immer noch warm. Gibt es in Bordeaux. Gibt es in Schwarz. Gibt es in Rau. Haben wir in Kaki. Ein Alt-Rosé. Und ein klassisches Marine. Ja, das war eigentlich mal so von der Firma Muki. Die ersten Teile. Jetzt für den Übergang. Und schauen Sie einfach in den Online-Shop. Oder kommen Sie im Mode-Center vorbei. Raum 240, Breslauer Straße 8. Man freut sich auf Sie. Lieben Dank und Tschüss.